Musik Es ist eine Art Heimatbesuch für Osnabrück, läuft erneut an mit Alexander Derchow. Von hinten kommt Engel und dann ist der Ball drin, 1-0 für den Tabellensiebten. Der sich die Führung mehr als verdient hat. Bleibt nur die Frage, wer ist der Torschütze? Konstantin Engel bringt den Ball Richtung Tor, aber am Ende ist es Mark Haider, der ihn über die Linie drückt. Das sechste Saisontor von Haider sorgt für den 1-0-Pausenstand. Das Team von Peter Vollmann noch weit weg von...